Am Batman! Da sind wir wieder bei Batman Arkham Origins. Weiter geht's. Tja, sitz hier aber noch mal nicht. Hm. Was ich seh hier... Nix. Wo der Eingang für dieses... Für dieses Waffendepot ist das... Egoi. Das ist... Ein bisschen merkwürdig. Aber wir können ja mal... Harry Pollock. Nicht Central Pollock. Ne. Ähm... Da. Ach, das war schon... Achso, das war das Mission Ziel 1. Wir müssen jetzt weiter. Okay. Dann gehen wir mal zum... Mission Ziel Nummer 2. Super. Gut. So viel dazu. Oje. Ihr schon wieder. Euch kenn ich doch zu. Sorge nö. Hör, komm her. Hör, komm her. Hör, komm her. Hör, komm her. So, hier rum geht's. Wieder Bomben. Oder auch wieder mal Licht. Ah, schön an Lauf. Dann geht er schon. Oh, Sniper, 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 Sniper. Den umfliehen wir mal. Oh Gott, nochmal Sniper, Sniper. So viele Sniper hier. Okay. Da müssen wir hin. Nein. Ich komme. Bleib an ihm dran! Klopperei! Lass ihn flatt! Wie sie nicht annähernd eine Chance haben. Ich möchte ja nicht sagen, aber diese Schocker-Tür sind ein bisschen over. Halbt. Overpowered, so heißt es. Energieszeichen ist hier. Spitze, Kiste Nummer 2. Ich wollte schon meinen Dad um Hilfe bitten, aber er hätte nur gesagt, dass es ein Fall für den Dienstaufricht ist. Ich bin viel besser. Er vertraut dem System einfach zu sehr. Aber ich wünschte, ich könnte ihm zeigen, wie korrupt es ist. Ähm, so. Wir arbeiten uns weiter voran. Aber zum Glück ist es nicht so weit weg. Okay. So. Ich muss ein bisschen höher gewinnen hier. Das geht ja gar nicht. Okay. Dann gehen wir mal runter. Befluche! Ich will auch ein bisschen Action abhaben. So. Geil gemeinsam an! So, mal mach auch eine Arbeit, ный karet. Ach! Again gingen weber mit nur so spülen mit Kreuzwerken. Eine hochgeschraubelte, geschwöbelte Schriftschraube ist auch um. Super, sehr, sehr gut, die Elfte haben wir. Kappelpott, zeig dich. Okay. Ich habe mir mal deine Polizeiakte angesehen und, wow, sagen wir mal, du hast nicht viele Fans. Aber das wusstest du wahrscheinlich schon. Ein paar der richtig lächerlichen Einträge habe ich mal gelöscht. Sie behaupten, du würdest Leute umbringen. Ich weiß, dass das nicht deine Art ist. Kommt zu mir nur so froh, dass die Barbara kommt, zie mich geil auf mich. Über die Brücke besen, besen. Die Glide-Lots-Eins. Ta-da! So, ich hoffe, ich kann erst mal landen. Sehr gut. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Okay, das wird schon ein bisschen schwerer. Die scheinen mir bewaffnet zu sein. Oh Gott. Verdammt. Fick dich. Das gibt es doch nicht. Nicht gut. Echt schade, dass du tot bist. Lebendig wärst du mehr wert. Ich hoffe, ich bin jetzt da, wo ich die Enigma... ...drufehe. Ja, tatsächlich. Sehr gut. Ja, toll. Ganz super. Sehr gut. Jetzt muss ich mir das noch mal ein bisschen genauer hier angucken. Ich rutsche ihn per C. Scheiße. Ich seh den. Scheiße. Was ist der? Ich seh ihn! Nein! Ding! Rauchkappe! Ich schaff das nicht. Warum macht er keine Rauchball? Verdammte Scheiße. Da. Was ist doch... Was ist doch... Kannst ruhig bleiben... Ach... Das kann doch nicht wahr, Steiner. Das ist erst noch mal 4 von 6. Tja, warum nicht gleich so wahr? Geschafft, denk mal schon. Das ist für mich nur die Frage, wie kommen wir am besten an die ran, ohne was die uns sehen. So wie ich sehe, geht das nur von der einen Seite. Oder halt von oben. Aber ich komme da nicht hoch. Er hat gerade ein Vermögen gemacht mit dir, was im Blackie passierte. Er hat die Fledermaus eingeladen. Mir nach, ich hab ihn. Ja, ist das, das ist sowas von Scheiß hier, echt jetzt? Jetzt bist du fällig. Nein, du musst dich abhauen. Wird sie. Ach, ist das Scheiße, ey. Ich musste ich nur an Heiligabend arbeiten. Ich sollte zuhause ein Bett liegen mit einem Sandwich Bier und meinem Mädchen. Und da hat er auch kaum Punkte. Dann schießt er. Okay, doch. Ich hab keinen Plan, wie ich die kille am besten. Direkte Konfrontation. Oh Gott, wie soll ich das mal an? Batman nachdenken muss. Was haben wir denn hier noch? Oh, okay. X plus A. Hm, nicht schlecht. Gucken wir mal. Ach, auf einmal. Lass ich meine an. Wieso kann ich die nicht ausschalten? Okay. Hey, das ist der Fledermaus-Spinner! Nein, bin ich nicht. Hey, heute ist mein Glückstag. Drück mal. Hör auf. Heute ist mein Glückstag. Oh Gott, oh Gott, war's knapp. Oh Gott, oh Gott, war's knapp. Oh Gott. Okay, der Fledermaus-Schwamm hat nicht so gezündet, wie es er aufs hatte. Oh, ich hab's erstmal geschafft. Gut. Wo ist der nächste? Auf dem Boot. Okay. 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 nur noch zwei kisten vielen dank dafür diese nacht ist schon chaotisch genug wenn diese waffen auf die straße gelangen ich will gar nicht daran denken werden sie nicht es ist ein videospiel und ich bin batman das ist ursache nr. 2 das ist doch das gleiche denke ich schon mal was machen wir da jetzt? wir haben insgesamt sechs gegner die zwei die unten stehen gut dann sind die erst mal weg ok 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 Der sieht mich doch, der andere. Oder nicht? Interessant. 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 Oh, das ist noch einer. Verdammt! Wo kam die denn hier? Hmm... ...mehver ich. Oh, sehr gut. Muss ich jetzt hier? Rein Ach nein, da oben Ah, so, ok Decke ich mal Oh, scheiße Nee, doch nicht Oh, schöne Drehung, Betsy Dann gehen wir mal hier rein Ich glaube, ich habe hier ein paar Kновeln Auch hier Ich habe hier ein paar Knoten Das ist ein paar Knoten Ich habe hier ein paar Knoten Ich habe hier eine Knoten Es sind aber auch keine Gegner zu sehen. Das macht mich ein bisschen perplex. Aber wir gehen trotzdem mal weiter. Oh! Oh! Na, wiküte es so einfach. Hey, kvatsch, kvatsch, kvatsch! Jetzt vielleicht. Wie kann ich denn das sonst holen? Egal. Egal, egal, egal. Wir gehen weiter. Denn wir waren jetzt hier noch viel dringend vor die Säule. Oh, schon. Ungerliegt! Oh Gott. Das war nicht so gut. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Hier geht das. Komm schon mal. Hier geht das. Hier ist aber nix mehr. So. So. Tja. Das war so gesehen. Einmal rumgegangen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da. Da. Aber es war nur derselbe Weg, den ich doch damals schon gelaufen bin. Na. Wo denn? Da. Da. Aber. Wie still ich mich denn hier gerade an? Da. 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 Na ja. Na ja. Gut. Da habe ich mich ja mal vollends zum Affen gemacht. Ah. Äh. Doch. Geh doch darauf, Mensch Spätzi, komm schon, sehr gut, ähm, jetzt müsste ich nur hier hingekommen, genau, oh scheiß, die Wand dann, war das schlecht, war das schlecht, aber jetzt komm schon, am besten, das ist ja völlig vereist, das Ding, aber ich hab's Geld, kriegt die, ja, das ist auf jeden Fall ein gutes, gutes Ende für diese Folge, wir werden jetzt aber nochmal rausgehen gucken, ob wir da was auf dem Schiff entdecken, das heißt, wenn die Kamera mitschubiert, also kann man auch praktisch gesehen sagen, der Joker hat mir, ja, ganz schön die Arbeit abgenommen, was die Story zumindest betrifft, das war mit der Hauptstory durch sind, ja, ziemlich schnell, muss man sagen, wo zum Teufel, ich blick's gerade nicht, ich geh mal noch darauf, ich hab' ich da einen besseren Überblick, ähm, ja, ist er das hier? das Ding leuchtet doch auch, ich verstehe es nicht, äh, ja, also gut, Leute, ich hab' keinen Plan gerade, und wir beenden hier jetzt die Folge, damit beschäftigen wir uns dann beim nächsten Mal, wie es hier weitergeht, bei Batman, bei Batman, Arkham Origins, und, äh, dem Pinguin, um, seine gesamten Waffendepots zu zerstören, also dann, bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs zu sehen, euer Batman, am Batman, ja, am Batman.